was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen part von ich wollte grad schon super mario bros u sagen obwohl ich das spiel gar nicht gespielt habe was zum teufel willkommen zu kirby triple deluxe und wir sind hier beim letzten part hier ist so stehen geblieben bei 6 plus oder wie ich es lieber nenne ist es 6 spezial oder 6 ex level oder so keine ahnung heute war auf jeden fall die drei von nintendo und anderen firmen und es war sehr interessant ich persönlich halte überhaupt nichts mehr von nintendo ich bin nicht überzeugt von der arbeit die sie jetzt tun im gegensatz zu früher aber das ist auch ein anderes thema und ich möchte heute so grob über die spiele drüber wischen und so ein bisschen sagen ob was ich davon halte oder ob ich das cool finde ob ich das nicht cool finde ob die präsentation ein flop war wie die letzten zwei jahre oder ob es doch zu was gutem kam ich würde sagen wir fangen aber gleich mit dem ex level an let's go und weil ich weiß dass der sonnstein am ende des levels ist können wir versuchen hier schnell durchzukommen weil ich heute doch in dem part vielleicht was schaffen will schießen wir uns schießen uns erstmal hier mit den fässern ein bisschen durch die gegend okay ist nichts das ist ein bisschen zelt aber ist völlig in ordnung wir machen hier schon ein auf donkey kong donkey kong wurde allerdings nicht vorgestellt was ich schade fand ich hätte mich über ein neues donkey kong country nicht beschwert also donkey kong country returns war ja richtig übel und tropical freeze war auch sehr sehr gut also retro studios ihr könnt nochmal an dem donkey kong weiter arbeiten wenn ihr bock habt aber okay vom himmel auch immer hierhin das hell die flügelfähigkeit an die kann ich mir jetzt nicht mehr die ist ja richtig geil die ist ja mal mega episch junge die attacke ist schwach aber hier so sowas wie alter das ist übel das ist übler shit und ja guck mal an und zwei federn bringen diesen baum zum einsturz seems legit aber stimmt hier ach so der seltene wie heißen die scheiße noch mal ich bin gerade ein bisschen ja kommen dort gucken wir noch nach ob hier was ist das würde mich interessieren da ist hier ist nur trash aber okay kommen wir mal zum ersten spiel was vorgestellt wurde und sagt ich persönlich habe diese spiele serie noch nie angefasst was ich ja nicht tun werde ein kumpel weil ich habe schon so vom kumpel gesagt yo ich hab mal bock das zu spielen denkst du das ist das für mich der weiße was ich zocke und was für mich was wäre oder was auch eben nicht und er meint nope ist nichts das ist auf keinen fall was ich noch gedacht ein jahr kommen das ist 50 euro oder so dass xin planet chronicles x glaube ich kostet 50 euro oder so und deshalb habe ich mir gedacht nö das geld ist es mir nicht wert wenn ich ja wenn es schon nicht so meins ist wisst ihr also xin planet chronicles 2 war klar ist das vorgestellt wird ja ist auf jeden fall bestimmt ein cooles spiel ist nicht meins aber ist bestimmt ein echt geiles spiel für die die dieses johalt abfeiern und deshalb so habe ich jetzt nichts gegen diese balls sie sind echt ein bisschen warte mal komm ich will die flügel die flügel sind doch irgendwie echt geil muss ich zu nein 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 gerade gesagt und schon auch wieder verloren moment okay dann wurde vorgestellt das neue kirby spielt damit hätte ich null gerechnet ist die wieder geil weil ohne witz das abhol kommen nehmen mit dem käfer neues kirby spiel hätte ich niemals erwartet weil kirby planet robot für den 3ds ist nicht lange her und jetzt neues kirby und das für switch echt episch und das geile ist das erinnert mich sehr dieses spiel das erinnert mich sehr an den wii ableger wo ich glaube der rastert jetzt aus ja wollte ich habe gerade sagen blocky dx der hell ist ja noch ein schlechterer name als manche nintendo namen heute das ist übel blocky dx alter der ist aber gar nicht mal so übel was macht der denn jetzt ich kenne überhaupt nicht mehr die sau hier hallo bist du dumm warum macht das denn gar kein schaden das ist übel ja komm mal wieder her warm tschüss okay ja wie gesagt kirby sieht cool aus nämlich halt sehr an den wii ableger hallo kannst man ja okay und das mit dem mit dem partner habe ich ein bisschen verwirrt das erinnert mich ein bisschen aus kirby und die wundersame spiegelwelt aber weil sie nicht aber ich glaube das spiel hat potenzial auf jeden fall so ich bin nicht ein kirby fan ich weiß nicht eigentlich nicht ich würde sagen können wir hatten ein paar cooles coole spiele ja aber mehr auch nicht ist jetzt nicht so das genre wo ich mir vorher abgehend ist mir da wo mir voll einer abgeht beim da kommen noch später zu und dann hat ein typ von game freak gesagt obermann der jetski aus kirby power mal pinsel okay power mal pinsel auch aus dem spiel episch was ist das ding what the heck aus maus attack ok ok interessant so den level haben wir gepackt und zwar meinte der typ von game freak wir haben jetzt import gemacht also wir porten jetzt gerade pokémon tecken und tecken die ex heißt das glaube ich jetzt oder deluxe weiß ich nicht die ex deluxe wort er war und sie meinten sie sitzen schon seit jahren an einem anderen pokémon für die switch und da habe ich schon gedacht und die brauchen noch ein jahr haben sie gesagt aber das ist schon mal was wo die leute gespannt drauf sein können auf jeden fall so gibt mir mal die scheiß limo ja ist es limo oder ist er mich letztes mal schon gefragt was ist das hier eigentlich die bims sagt dem braucht keine sauer in dem feuer oder ist die idee er lasst du mal befreien alder nicht dass wir uns hier noch abnippelt oder und uns entwischt da hat er uns gesehen was hat der denn für ein auftrag und natürlich ist es wieder der baum ist ja immer so das ist schon echt tradition geworden aber ist okay wo das war musste ich gar nicht das draufkarte ok alder der macht mir sogar schaden hätte ich es nicht gedacht ist ein bisschen peinlich aber ist okay was sind das eigentlich sind das tollen alter war immer weg gehen wir weg aber ich muss mich gerade irgendwie konzentriert ich gerade seinen schema hier gerade nicht also was heißt schema der der die seine anfälle es ist schön und gut ja gut ok also das kürbisch spiel ich denke das wird cool das ist natürlich jetzt nicht so cool ist nämlich jetzt noch hätte aber wenn er meint was ist das eigentlich für ein scheiß der sniff so soll dann verbrenne ich ihn erstmal ich glaube ich gehe gleichheit auf das thema ein weil kein bock jetzt hier gegen den boss zu verkacken ja gut der ist eh gleich tot so wie die menschen ja okay also ihr müsst mir auf jeden fall das ist glaube ich auch die frage der folge eigentlich sind das sollten das immer so kirby was zum fick hört aber richtig fettes ding du hast du schon wieder okay jetzt bist du tot ja wie gesagt ihr müsst mir jetzt unbedingt das ist echt die frage der folge eigentlich soll das ja immer wie schon gesagt auf das lp bezogen sein das ist in dem fall als kirby aber das ist doch schon was besonderes deshalb ist die frage der folge wie ihr die e3 fandet so der haben gesagt dass die am pokémon sitzen und dann kommt etwas womit ich nicht gerechnet habe was ich schon ein bisschen rum gesprochen hat aber ich nicht geglaubt habe weil metroid eigentlich tot war so ein bisschen und metroid prime 4 wurde tatsächlich angekündigt ich weiß nicht ob ich mich darüber freuen soll oder er in der badewanne mich ritzen sollte weil jetzt kommt nintendo finde ich macht im moment nicht wirklich die besten spiele also ist jetzt meine optische meinung dazu ganz klar und deshalb weiß ich nicht ob ich lieber fände wenn metroid aussterben würde aber wenigstens gute in erinnerung bleibt weil nicht dass die dieses spiel verkacken das würde ich den sehr übel nehmen ja das würde ich den wirklich sehr übel nehmen also metroid prime 4 ich freue mich zwar irgendwie aber man muss es auch kritisch sehen man muss aufpassen man darf sich nicht zu viel erhoffen weil sonst wird man enttäuscht das habe ich sehr oft von nintendo erfahren müssen und das ist leider sehr sehr traurig aber dennoch gibt es gute spiele von heute oder auch jetzt zwar nicht alle ich fand damals gab es wesentlich bessere spiele definitiv aber ist auch egal ok metroid prime 4 da kann man nicht so viel zu sagen wurde nicht wirklich gameplay gezeigt einfach nur metroid prime 4 und ich so ja nice ben habe ich bock drauf auf jeden fall gut dann kommen auch gleich zum nächsten spiel und das war auch ein joshy spiel das hat auch keinen namen das kommt auch 2018 für den nintendo switch und da bin ich auch mal sehr gespannt am anfang sehr woly world mäßig aus aber dann hat es doch finde ich auch einen kleinen mix aus joshy story und das ist ein mix den finde ich recht interessant also ich würde über einen richtigen woly world nachfolge mich mehr freuen weil das hat irgendwie auch an halt echt so ein bisschen joshy story noch ein bisschen mit drin keine ahnung ich bin trotzdem mal gespannt ich werde mit lp dazu angucken aber ich bin jetzt nicht tatsächlich nicht so gehypt darauf weil joshy spiele haben wir im moment eigentlich genug bekommen und hätte ich jetzt auch echt nicht mitgerechnet ganz im ernst das ist jetzt sehr sehr unerwartet aber wenn ihr euch freut dann schreibt mal bitte in die kommentare und mich sehr interessieren okay so dann kommen auch gleich direkt zum nächsten spiel und zwar fire emblem warriors und das sah wirklich cool aus aber es ist auch wieder nicht mein genre tatsächlich also ich glaube sogar dass ich das eher spielen würde als wie heißt das spiel als monster hunter und sowas monster ist ein spiel zu bett das will ich mögen aber irgendwie ist es nicht mein spiel das ist genau wie bereits das ist hier war das mal auf bild kann es noch mal machen hallo ja und ich glaube feiern gehört auch dazu aber ich glaube dass du dich am ersten noch spielen wollen und ich glaube das wird noch am ersten gefallen also ja so tschüss oh hat noch den gegner gekehlt epic und da vorne ist wahrscheinlich der letzte sonnenstein ja perfekt also feiern cool war aber klar dass das angekündigt wird weil das ist auch im moment so ein bisschen wie fifa wird nämlich ausgeschlachtet oder ja es sehe ich halt irgendwie immer das ist irgendwie sehr sehr komisch aber okay aber zum nächsten spiel und zwar ist das also das ist kein wirkliches spiel das ist der selda dlc und auch gott sehr 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 schlecht und zwar ist das der sternenflitzer aus kirbys funpack cool kenne ich gar nicht muss ich sagen ramse ist das ramse funpack okay das war alles was ich gefunden habe oh 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 ich weiß nicht ob es mehr gab aber ich denke schon traurig okay wir haben wenigstens alle teile und ab zum nächsten level wie viele hat das eigentlich das sei jetzt aus als ob das mehr hatte ich nicht drauf abgeachtet vier stück ach du scheiße ich liebe den dia bist genau okay das ist das selda dlc und das sieht richtig 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 cool aus ohne wird dafür freue ich mich sehr drauf würdig kaufen kostet 20 euro ich weiß nicht ob das zu viel ist ich weiß aber auch nicht genau was alles drin ist also müssen wir da mal aufpassen kannst wird aufmachen danke ben so ok ja selda dlc da muss man eigentlich nicht viel zu sagen freut man sich wahrscheinlich drauf und ich bin mal gespannt was da alles ist neue mission und ich hoffe dass die map noch richtig weit erhöht erhöht erweitert wird wer auf jeden fall episch ich meine die map ist schon gigantisch fett und was mich auch sehr gefreut hat weil ich liebe also open world games i love that so much es ist das ist das ist episch und die welt erweitern ja natürlich also das ist ganz klar ist dass ein muss ist und bam er hat mich noch getroffen alter was ist das denn für ein csvp typ wahrscheinlich wusste weil die gehen richtig ab aber das ist geil dass man diese diese fähigkeit unter wasser funktioniert ich finde die musik jetzt mich interessant wenn ich das mal so anmerken darf und hier ist erstmal acht tonnen alter so viel wiegt auch reiner kallmund ja okay der war mies okay sorry alter warte mal ach so das kann ich auch einfach so steuern auch so interessant ja okay cool ja selda dlc ihr wisst bescheid okay jetzt kommt es schon zu einer sache die ich überhaupt nicht ab kann aber auch nur aus einem hintergedanken so und zwar ist das mario und rabbits die rabbits waren so gut wie tot könnte man sagen und jetzt sagen die sich okay wir müssen neues rabbit spiel machen aber warte mal das wird sicher nicht verkaufen lasst uns mal jemanden nehmen der viel geld macht ach mario ihr wisst schon worauf es ankommt ihr wisst schon genau was ich meine mario passt nicht rein die allein diese diese zwei diese 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 kombination aus dem mario und dem rabbits passt überhaupt nicht und auf dem game hat der gameplay gesehen und es ist einfach nicht mein spiel ich will das spiel vergessen wer sich kaufen will soll es tun ich hoffe es ist kein richtiger vollpreistitel also so 40 euro oder so ist auch schon viel zu viel für dieses spiel finde ich jetzt absolut aber gut eure meinung ist hier sehr gefragt also dass in dem spiel will ich mal verschiedene meinungen hören auf jeden fall o bananen alter episch ich muss ich auch mal essen es sich echt viel zu wenig auch genau alter obst ich esse es viel zu wenig obst und äpfel sind wirklich geil äpfel sind echt geil ja also mario und rabbits ist wirklich das spiel bis jetzt wo ich sag ne ist nicht ist nicht meins dann kommt ein weiterer port aber ist man ja gewohnt und zwar ist das rocket league und rocket league ist ein spiel das habe ich am anfang sehr gefeiert aber durch den hype habe ich mir gedacht rocket league also ihr wisst schon rocket league ja kann man machen ist jetzt nicht die welt aber es ist ein spiel was die switch dann hat und das tut der switch wahrscheinlich nicht also wird er nicht schaden sagen wir wie es ist ist so wird ihr nicht schaden warum nicht also habe ich jetzt persönlich nicht so viel gegen bei der menu ist das ein bisschen was anderes weil hier hat ja fast gar keine exklusiv titel mehr und finde ich ein bisschen leben aber weiß ich nicht okay gut dann kommen wir auch schon zu dem eigentlich letztes spiel eigentlich jetzt kommt und zwar mario odyssey der ersten trailer das war so ich und ein kumpel also ich stand morgens auf ging zur schule und so und ich sehe so auf youtube vorhin noch so mario odyssey was ist das denn sieht sehr episch aus auf dem vortrag runter gucke ich in der schule mit michael michael ist der mit dem ich die den 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 mario party together macht was geistesgestört ist by the way das ist wir labern dann nur müll absolute grütze aber das ist auch das witzige und ja genau er ist noch kritischer in videospielen als ich und das heißt schon was eigentlich wort der hell atombombe hallo was zum teufel sind wir hier jetzt hier ein kleiner attentat oder was hier auf curvy soll dann die scheiße ja genau und genau was habe ich eigentlich jetzt noch ach ja genau odyssey wir haben es angeguckt und wir beide echt wie beide so odyssey sieht nicht schlecht aus auf gar keinen fall sieht super aus aber dann kam etwas was hätte nicht sein müssen und zwar ist das ich muss immer noch darüber lachen das ist so lächerlich weil ich glaube ich lasse mich hätten weil ich das mitnehmen ja und zwar der trailer war vorbei der trailer war vorbei und dann kommt dieser vorhanden wieso wir gucken uns beide wirklich an und so sieht sich gut aus sieht echt episch aus nintendo hat was geiles gemacht dann ging der vorhanden auf mario so und wieso was kommt denn jetzt und dann beginnt der horror die mütze bekommt augen nachdem es fabian gab in mario super super mario ja klar in paper mario karlas gott ja fabian ich fand dass ich fand dieses wortspiel nicht mehr gut also ich finde das richtig leben immer scheiß wirklich und seitdem solche und nintendo und charakter und dann kommt sowas so finde ich extrem leben hat für mich wir uns beide wir mussten lachen wie kommt nicht mehr ich habe mir echt gedacht der trailer ist vorbei aber das hat mich ein bisschen getriggert innerlich dämonor ok aus kirby und die wundersame spiegelwelt cool schrumpf kirby aus kirby und die wundersame spiegelwelt kenne ich gar nicht du hast 25 glücksbringer typen ok ich habe die weiter das sage ich euch aber nee das hat mich wirklich richtig getriggert ohne witz diese die sind ich ich komme auch nicht drüber hinweg absoluter scheiß aber der trailer war richtig krass das war so informativ ich wurde erschlagen quasi von dem trailer von der e3 was diese mütze auch noch kann habe ich jetzt der anwalt gesehen in dem trailer alle ist dass es ist man sich in die gegner hinein versetzt und sie selber steuert ist eine coole idee allerdings finde ich das ein kleines bisschen übertrieben der trailer und keine frage der war echt geil der war gut der war gut und das spiel hat auch gezeigt yo ich kann was wisst ihr was ich meine ich bin krass ihr sollt mich kaufen war ein guter nintendo trailer weil ich finde nintendo hat es nicht mit trailern also ganz klar können wir auch nochmal auf ein beispiel zurückgreifen und zwar finde ich dass der mario g4 trailer also der dream team trailer die letzte grütze auf ehren war und ich war auch so was ist das denn dream team und dann habe ich das spiel gespielt und ich so geil aber der trailer war einfach nur scheiße ja und das ist schade weil das spiel wirklich wirklich gut ist aber egal wir sind jetzt hier nicht bei dream team weil zum harry und luigi kommen wir glücklicherweise gleich noch was heißt glücklicherweise glaube ich auch noch mal gleich drauf zu sprechen wir müssen auf jeden fall jetzt beeilen weil der part ist doch schon recht hat schon eine gute länge deswegen muss ich mich ein bisschen kurz halten also ja oder sie sich cool aus nur finde ich weil es ja ein overworld mario ist und auch was sammeln muss wenn man sich in diese gegner hinein versetzen kann kann man halt wie ein kugel willi halt fliegen dies das ananas ich glaube das könnte sehr anstrengend werden was die 100 prozent angeht so like blue coins in sunshine aber ich fand die blue coins geil ich fand die blau münzen so episch hassen viele ich liebe sie aber das war ja klar weil alle was alle hassen selda 2 beispielsweise ich liebe es ich liebe es wahrscheinlich auch weil viele es hassen finde ich noch mal eine ecke geiler aber ist auch wurscht mario odyssey ich habe ich hoffnung in das spiel tatsächlich auch wenn mich diese mütze sehr sehr triggert persönlich habe ich hoffnung das spiel tatsächlich also was heißt hoffnung ich sollte mir nie bei nintendo hoffnung machen sollte man nie machen weil entweder wird man dann erwartet man zu viel und man ist enttäuscht wie schon die nächsten finalrunde oh mann okay und deshalb also ich erwarte fast nichts mehr von irgendwas und das solltet ihr auch tun natürlich ich war von von selda muss ich online bitte bitte sag mir nicht das reicht nicht doch gott sei lang selda klar ich war gehypt drauf weil das muss ich sagen da war ich echt gehypt drauf und das bleibt mich ja nicht enttäuscht außer der final boss traurig traurig aber auch wieder eine andere ein anderes thema erst mal erstrechen wir die ganzen mongos hier like indianer okay indianer jones möchte ich nicht haben ich finde den speer sehr sehr cool ich erinnere mich an was geist ich erinnere mich an was das hier irgendwo ein schlüssel warum man sehr schnell sein musste wo das war dumm okay ich hab den fast sogar noch gerettet alter ja war hier okay so odyssey wird bestimmt gut keine frage aber ich persönlich glaube kein 3d mario der welt schafft es jetzt noch über mario galaxy 2 bin ich jetzt persönlich der meinung aber ich ich glaube entweder kommt odyssey sehr nah dran oder es kann es doch schaffen ich meine der trailer war gut heißt aber noch lange nichts heißt doch lange nichts kann auch trailer gut machen auch von filmen beispielsweise und dann ist der film trotzdem kacke warte mal du bist ein cheater du hast da durchgeschlagen das nehme ich dir übel cheaten ist no go genau wie safe states aber okay ich sehe schon da oben ist wieder was gut und dann wurden noch ja gut kommen wir mal jetzt was ja was heißt nicht zu nintendo sega hat ein neues sonic angepriesen und man weiß ja was sega heute macht das war ein bisschen unerwartet sega heute ist ja halbtot liegt schon so in einem mit eigentlich schon mit beiden beinen im grab aber sie haben sich aufgerappelt und haben einen super trailer zu sonic forces rausgehauen und ich bin positiv überrascht ich werde mich angucken ich weiß nicht ob ich mich holen werde ich weiß nicht für welche konsole das alles kommt das weiß ich jetzt gerade spontan nicht aber ist in ordnung ich gucke mir auf jeden fall an ob ich selber spiele weiß ich nicht aber es sieht wieder sehr gut aus so eine mischung aus sonic 2006 und generations finde ich hat das und dass das sind zwei spiele die mir sehr gut gefallen haben ja also ich habe 2000 2006 noch nicht gespielt aber ich gucke gerade im moment ein display von einem youtuber und das sagt mir doch sehr zu und zwar ist das hier der feinstein aus kirby schattenbild drohen trau blatt ja ok wie aus kirby mars attack haben wir hier noch den herzstock aus kirby stream land 3 der herzstock ok luft luft die kurs aus kirby stream land 3 was denn luft die kurs sieht aber irgendwie creepy auch gar ist irgendwie weil ich jetzt gleich noch ist noch zwei spiele da und ich glaube damit können wir das level noch füllen also den partner füllen und ich möchte jetzt nicht rumstehen weil ich auf ein spiel doch ein bisschen genauer darauf eingehen weil ich das nicht erwartet hätte und echt sehr froh darüber bin aber ich auch da was zu bemängeln habe was heißt zu bemängeln habe ich habe einfach angst aber zu dem punkt kommen wir gleich eben ins level geister level oder was nein 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 hallo bist du dumm ich will das auch behalten ja geh mal weg ohr schön aufgespießt so macht man das mit menschen habe ich das gesagt okay lassen wir das gut kommen wir zum nächsten spiel das ist ja ein remake und zwar haben sie halt jetzt angekündigt zu leben du weißt bescheid was ich jetzt gerade meine nicht machen aber man nicht aber wieder nur müll ich merke schon ist es gerade mitten in der nacht und ja da oh fake doors sehr interessant das level gefällt mir super gut bisher sehr coole atmosphäre weil soundtracks und videospielen sind mit das wichtigste element aber okay diese 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 spielte nie aber kommen jetzt endlich zu dem scheiß spiel und zwar ist es metroid samus returns und dieses spiel gab es schon mal auf dem gameboy color lasst mich lügen also berichte ich mich in den kommentaren falls es nicht auf gameboy color war und es war nicht wirklich anzusehen auch wenn ich grafik sehr 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 über bewertet finde und grafik mit mich in scheiß interessiert muss ich sagen dass man das spiel nicht wirklich so es ist nicht angenehm war es zu spielen und jetzt kommt wirklich ein teil für die nintendo 3ds also ein remake und ich bin echt froh sehr cool freue ich mich extrem drauf sah sehr 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 cool aus das war genau das was ich will also was heißt was ich will weil ich wollte in 3d samus gerne wieder haben ein neues aber ich wollte unbedingt auch noch ein 2d weil ich die sehr sehr geil sind aber das war eine gute falle also nicht schlecht und wir gut gemacht so und du affe kannst es mal sehr 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 gerne lassen ich habe die challenge vergessen welche challenge ich nehme für für das let's play aber ich glaube es ist eh noch nichts passiert was ich nehmen wollte also ich glaube dass mit dem einmaligen heilen das war cool von 2 highlights o gott es war gar nicht schlecht weil man ich habe mich jetzt einmal weil er meint einmal heilen pro level warte ich habe nichts zum heilen dass es gerade ein bisschen bitter tatsächlich aber es in ordnung ja ich sehe jetzt gerade schon genau was ja abgeht und kann man nicht rein das fand ich ein sehr cooles secret damals und diesen donut donuts sind richtig episch aber dafür habe ich schon schon im letzten port was du gesagt netto donuts vorderungen habe ich jetzt ja ich habe zwei stück ich bin sehr sehr froh über das remake sage ich mal remake ja doch aber jetzt kommt etwas was ein gerücht war und wirklich gestimmt hat und was mich echt ich saß da mit offenem und aber es gab da auch eine sache wo ich so sagen okay und zwar es kommt wirklich für den 3ds ein mario und luigi superstar saga ich kann es nicht glauben ich liebe dieses spiel ist einer meiner lieblingsspiele ohne witz ist einer meiner lieblingsspiele und hier ist jetzt so die sache nintendo ich vertraue euch ja nicht mehr wirklich wenn ich das so sagen darf ja doch das ist natürlich darf ich das so sagen auf jeden fall so das spiel episch im monsters noch mal auf mit neuer grafik obwohl ich die grafik da extrem geil finde also weil es halt old school ist und retro und so aber ich hätte mit ab mir trotzdem eins gewünscht und für 3ds wäre super episch und würde sich auch super anbieten weil ich bock hat auf ein superstar saga let's play und jetzt kommt wirklich was also das wird 100 prozent let's play mit euch wenn ich das erfahren wie ich das finde dieses remake und jetzt kommt etwas was mich ich weiß also es sieht wirklich geil aus kann man nicht sagen hallo ich habe oben gedrückt betrug und ja ja ich habe alle sonnensteine ok es sieht cool aus alles geil alles episch ohne witz aber es heißt nicht nur superstar lager sondern ich weiß nicht und bozas minions oder so wie hieß das ach weiß ich gerade gar nicht genau ich habe den auch gott schon wieder verkackt bitte ich bin nicht bei der sache und ich habe man hat auch schon ein bisschen was dazu gesehen und ich für mich sah das flabke nase tag ok jetzt komme ich gleich noch mal zu wartet und wo die aus kirby streaming 3 cool ich hab den secret ding nicht gefunden schade und zwar sah das sehr skurril aus muss ich zugeben warum warum jetzt diese bauern ist also das sind diese kuh diese gummas diese handlanger von dem was versuchen in diesem spiel bauzer ist ja nicht wirklich böse in dem spiel deswegen haben die sich auch gedacht okay machen wir was neues bringen noch was neues in dieses spiel ein an sich keine keine schlechte idee nur wenn ihr dieses remake also das ist einer meiner absoluten lieblingsspiele super wenn ihr dieses remake verkackt nintendo wirklich wenn ihr da irgendwas irgendwas macht das das spiel schlechter macht das werde ich euch nicht niemals mehr verzeihen niemals niemals auch nicht für ein pokémon platin diamant perl remake will ich auch haben definitiv aber wenn ihr dieses remake verkackt so super sasaga also ich hoffe auch die charakter werden alle da bleiben und nicht durch tot ersetzt best shock ever ich weiß nehmen also ich habe ich ja was heißt hoffnung ich will innerlich in meinem herz bin ich gehypt aber ich muss kalt bleiben weil es kann alles passieren alles ok diese die special attacken sind auch so wie in super sasaga ich hoffe einfach nur dass sie es einfach nur mit der neuen grafik aufgepäppelt haben und was ich auch hoffe ist Dass das alte level up system so bleibt nicht wie in paper jam ist man da nichts mehr auswählen kann was man erhöhen will weil das war die absolute grütze voll der bullshit und ich hoffe einfach das ist einfach so ist wie die alten teile nur mit neuer grafik also wie 123 auch halt aber ist es einfach dasselbe spiel ist ist ihr was ich meinen einfach nur neuer grafik und das ist schon was neues dazu macht aber das sah wirklich skurril aus ich weiß nicht was das soll und ob das nervig ist wie mit den tods retten in paper jam Ich hoffe nicht ich hoffe wirklich nicht das wäre sehr 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 traurig Und ja also ich bin gespannt die frage des des partes ist ja wie ihr die e3 fandet ja Schreibt es unbedingt in die kommentare wir können gerne darüber diskutieren und auch eure meinung halt zu den einzelnen spielen ist mir sehr wichtig Und ich finde die e3 war gut also im endeffekt wenn man alles so Okay war das fair rk Den kenne ich nicht cool okay Ja wie gesagt also ich bin gespannt auf eure meinung und wir können gerne diskutieren und wie gesagt alles in allem die e3 von nintendo war wirklich gut Tatsächlich hätte ich nicht gedacht dass ich das mal selber sage so es tut mir auch schon fast weh ist zu sagen Okay jetzt übertreibe ich ein bisschen aber ich bin Ja es gab halt ein zwei spieler ist er es kommt auch natürlich darauf an was man mag aber also Mario und rabbits ist nicht meins das ist so das einzige spiel gesagt geht nicht wirklich fit so feuer emblem ist halt nicht mein genre genau wie Xenoblade chronicles 2 aber Dennoch finde ich die spiel irgendwie cool Wisst ihr was ich meine und ja deshalb also ich bin Doch zufrieden vor allem Nachdem super star sage angekündigt wurde weil es war alles so nur auf switch aufgelegt natürlich ist klar sie wollen jetzt verticken Aber ich habe schon gehofft dass sowas Doch 3ds mäßiges rausgehauen wird und am ende so ist so okay dann kommt samus return und sonic forces und dann noch mario grigi Das hat für mich echt noch mal rausgerissen Ist die echt gut war und vor allem die letzten zwei jahre war das ja der letzte müll Ja das ist es wisst ihr und das war wieder eine gute e3 Ja Ja Wie gesagt geist macht euch einen schönen tag der hype ist ein bisschen dabei mario und luigi 1 remake muss ich sagen ich bin echt ein bisschen froh Und deshalb mache ich auch packe ich auch in die endcard ein lied was da jetzt ein bisschen zu passt Ja gut haut da rein wir sehen uns beim nächsten mal wieder schreibt sie in die comments den ganzen scheiß Ich bin auf eure meinung gespannt lasst gerne bewertung da falls sie mich unterstützen wollt und haut da rein wir sehen uns beim nächsten mal wieder und ciao Bis heut noch keinen deal aber hype is real Hype is real